In diesem Video zeige ich dir, wie du bestimmte Shorts auf YouTube deaktivieren kannst. YouTube Shorts ist eine neuere Funktion, die es Nutzern ermöglicht, kurze Videos hochzuladen und anzusehen. Obwohl Shorts eine großartige Möglichkeit sind, um schnell und einfach unterhaltsame Inhalte zu erstellen, kann es manchmal lästig sein, wenn man immer wieder dieselben Shorts sieht. Deshalb zeige ich dir heute, wie du bestimmte Shorts auf YouTube deaktivieren kannst. Leider kannst du nämlich auf YouTube jedoch nicht einfach alle Shorts deaktivieren. Was du jedoch machen kannst, ist Shorts von bestimmten Kanälen zu deaktivieren. Um also Shorts von einem Kanal nicht mehr vorgeschlagen zu bekommen, kannst du einfach auf die drei Punkte neben dem Video tippen und dann diesen Kanal nicht empfehlen auswählen. Dadurch werden dir keine Shorts mehr von diesem Kanal angezeigt. Diese Option ist sehr praktisch, wenn du zum Beispiel einen Kanal abonnierst, der viele verschiedene Inhalte veröffentlicht, aber du nur an bestimmten Inhalten interessiert bist.